Zu einem besonderen Experiment luden die Rollstuhlfahrer Braunschweig, eine Selbsthilfegruppe von Rollstuhlfahrern und deren Angehörigen, die Mitglieder von Verwaltung und Politik. Statt sich, wie gewohnt, auf zwei Beinen vorzubewegen, sollten diese die Stadt aus dem Blick eines Rollstuhlfahrers erleben. Eine Erfahrung, die Fraktionsvorsitzender Udo Sommerfeld sich nicht entgehen lassen wollte. Die Leute, die planen und alles, mal sehen, wie das wirklich im Rollstuhl ist, damit sie auch richtig planen. Nämlich die ganze Fußgängerzone nur Kopfsteinpflaster, das ist nicht in Ordnung. Wie ist es am Burgplatz mit dem Rollstuhl fahren zu müssen? Wir sehen schon, obwohl hier das Pflaster relativ gleichmäßig ist, aber man merkt sozusagen, die leichteste Unebenheit erschwert die ganze Sache doch gewaltig. Und das, wie gesagt, obwohl hier relativ starke Gleichmäßigkeit ist. Am Altstadtmarkt direkt dürfte das noch ein bisschen schwieriger werden, weil da die Pflasterstruktur ein wenig gröber ist. Wir haben hier eine Hand sie gebaut, ne?